Was heißt eigentlich, ich kenne ein Wort? Ein Wort in der Fremdsprache zu kennen, heißt für viele Lerner einfach, ich weiß, wie das Wort in meiner Sprache heißt. Ich kenne also seine Übersetzung. Schön und gut. Aber um ein Wort zu benutzen, reicht es leider nicht aus. Deshalb sprechen wir auch von einem passiven Wortschatz. Streng genommen gibt es gar keinen passiven Wortschatz. Auch das Erkennen von Wörtern ist für das Gehirn ein ziemlich aktiver Vorgang, auch wenn er völlig automatisch und ohne meine Aufmerksamkeit verläuft. Der neuseeländische Wortschatzforscher Paul Nation hat aufgezählt, was es heißt, ein Wort, das man gebrauchen will, zu kennen. Nehmen wir als Beispiel das Wort der Regen. Erstens, ich weiß, was das Wort bedeutet. Ich weiß, was Regen oder Schnee ist. Ich brauche einen Schirm, wenn ich aus dem Haus gehe und sehe, es regnet. Zweitens, ich kenne die Form des Wortes und weiß, wie man es schreibt. Das Wort ist ein Substantiv. Es hat den Artikel der. Drittens, ich kenne seine Familie. Ich kenne zum Beispiel den Ausdruck, es regnet. Viertens, ich verstehe das Wort, wenn ich es höre. Ich weiß, wie das Wort klingt. Es ist mir als Lautbild vertraut. Ich kann es aus einer Reihe anderer Wörter heraushören. Fünftens, ich kann das Wort aussprechen. Andere können mich verstehen, wenn ich das Wort ausspreche. Ich weiß also, wie ich es forme mit meinen Stimmlippen, mit dem Kehlkopf. Sechstens, ich weiß, mit wem das Wort Umgang pflegt. Ich kenne Verbindungen wie Regen und Sonne oder Regen und Schnee. Ich kenne die Wörter Regenwetter oder Regenschirm. Siebtens, ich weiß, wo das Wort zu finden ist und in welchem Zusammenhang es verwendet wird. Ich erwarte, dass das Wort in Wetterberichten vorkommt oder in Gesprächen über das Wetter. Smalltalk über das Wetter ist übrigens in Mittel- und Nordeuropa ein beliebtes Mittel der Kontaktaufnahme. Eine Reihe von Wetterwörtern zu kennen, scheint also ziemlich sinnvoll zu sein, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das waren sieben Punkte. Stellen Sie sich diese sieben Punkte mal auf einer Landkarte vor. Jetzt wissen Sie, wie ein Wörternetz aussieht. Wenn Sie nun einen dieser Punkte vergessen, ist das nicht so tragisch. Die anderen Verbindungen sind ja immer noch da. Das Wort ist nicht vergessen. Wenn Sie nur das Wort und nur seine Übersetzung kennen, dann sind das zwei Punkte, sonst nichts. Das Wort ist nicht wirklich gelernt. Es wird rasch wieder vergessen. Was heißt das alles für Ihre Beratung von Lernenden? Wortschatzarbeit heißt Netzwerkarbeit. Alle diese Verbindungen müssen auch Gegenstand von Übungen sein. Üben heißt Wörter vernetzen. Man kann solche Netze aufzeichnen und Verbindungen trainieren. Man kann Wörter, die zusammengehören, in Texten finden und markieren lassen. Man kann ein Gespräch über das Wetter trainieren. Am besten geht das, wie schon gesagt, zu zweit. Sie schreiben, Sie hören, Sie lesen, Sie sprechen. Beim Lernen von Wörtern sollten Sie all diese sprachlichen Fertigkeiten verwenden. Nur dann entstehen mentale Netze im Gehirn, tiefe Spuren und Sie werden das Wort nicht so schnell wieder vergessen.